Die Coding Chalice ist Teil unserer 6-Trainiers-Strategie, also insofern trägt es einerseits dazu bei, wie cool ist, den Tech-Spirit der Firma nach vorne zu treiben, aber auch die Leute zusammenzubringen. Das Tagestil für mich ist eigentlich schon erreicht, insofern als das irgendwie, glaube ich, alles Spaß macht. Für euch, haltet in den Ehren, 2019! Vielen Dank!